Sie haben Schimmel in Ihrer Wohnung? Die Schimmeljäger haben die Lösung. Die Schimmeljäger, Christgott? Die entfernen Schimmel schonend für Mensch und Tier. Die Schimmeljäger betreiben die Schimmelbekämpfung erfolgreich von Hall in Tirol aus. Die Schimmeljäger sorgen mittels Kaltvernebelung dafür, dass der Schimmel aus kontaminierten Räumen nachhaltig verschwindet. Der sichtbare Schimmel wird eingesprüht und nach ca. 10 Minuten nur mit Wasser und einem Schwamm abgewaschen. Danach beginnt die Vernebelung des Raumes. Dies dauert je nach Größe des Raumes ca. 15 bis 25 Minuten. Nach 5 bis 10 Tagen wird nochmals eine Vernebelung zur Vorbeugung vorgenommen. Dadurch können wir auch eine zweijährige Garantieleistung geben und Sie können wieder ohne Sporen und Keime tief Luft holen. Die Schimmeljäger arbeiten schnell, einfach und effektiv. 7 unschlagbare Vorteile, die nur die Schimmeljäger bringen. 1. Durch die patentierte Vernebelung hat der Schimmel keine Chance. 2. Diese Vernebelung bewirkt, dass alle Räume frei von schädlichen Keimen werden. 3. Auch für Ihre Geräte und Gegenstände völlig unproblematisch. Sie können bzw. sollen sogar einfach alles so stehen lassen, wie es ist. 4. Auch andere Bakterien, Viren, Sporen und Pilze werden restlos beseitigt. 5. Ja sogar alle unangenehmen Gerüche werden auf diese Weise aus den Zimmern verbannt. 6. Nach zwei Stunden können Ihre Räume wieder benützt werden. 7. Einzigartige Schimmelbekämpfung mit zweijähriger Garantie. Schützen Sie Ihre Familie und Ihr Zuhause. Mehr Infos im Internet unter www.die-schimmeljäger.at 8. Einzigarten science. Vielen Dank.